Ich bin angetreten, um die Kirche zu unterstützen, generationenübergreifend die Menschen anzusprechen. Ich finde die Arbeit in der Kirche sehr wertvoll, in dem gemeinsamen Miteinander in der Gemeinde, in dem Stadtteil. Da wächst das Stadtteil unheimlich gut zusammen, man hat einen Zusammenhalt, man kennt sich. Es macht mir sehr viel Freude, weil wir im Kirchengemeinderat unheimlich gut zusammenarbeiten. Und es macht natürlich die Sache auch einfach, was zu organisieren. Organisieren, das tue ich eigentlich gern und deswegen ist Frauenarbeit auch eine schöne Sache, wo ich wirken kann. Der Sinn meiner Kandidatur ist gleich geblieben, das Zusammenführen von mehreren Generationen. Und jetzt würde ich es vielleicht sogar ein bisschen spezifischer sehen von Frauen.